Herzlich Willkommen bei Orca Chess, heute spielen wir wieder eine Runde gegen Stockfish Stufe 8 und ich bleib dran, ich probier nochmal das Stonewall System mit den weißen Steinen und beginne mit dem Zug 1D4, C3, wirklich immer die gleichen Züge beim Stonewall System, E3, F4 Pre-Move ist kein Problem. Okay, was kommt heute? Läufer D6, Springer F3, der Springer möchte hier langfristig auf das Vorpostenfeld, aber erst nachdem ruschiert wurde, auch wichtig. Läufer D3, aktives Feld für den Läufer. B6, F4 engetiert jetzt. Ich ruschiere mal kurz. Er spielt Springer nach C6, okay, das passt jetzt hier. Springer F5 sollte gut sein. Wenn er nimmt, hat er eine Gabel am Sack, wenn er einen Läufer nimmt, aktiviere ich meine Turmlinie und man steht direkt fast schon auf Gewinn. Natürlich macht Stockfish das nicht. Okay, jetzt kommt Läufer nach B7. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Dame nach F3 oder ich spiele jetzt Springer BD2. Ich bin da gerade nochmal kurz im überlegen. Ich glaube Springer BD2 ist erstmal okay. Da möchte der Springer sowieso hin. Jetzt kommt sein Zug, Springer nach E7. Jetzt ist Dame F3 zum Beispiel ein Zug oder der Zug B3. Ich kann gerade jetzt nochmal überlegen, zu welcher Variante ich jetzt am ehesten greifen soll. Und ich habe so das Gefühl, dass Dame nach F3 eigentlich ganz okay ist. Ich spiele jetzt Dame nach F3 und erspätert diese Zugfolge B3 Läufer B2. Genau, Dame F3 hat die Idee, genau G4 zu spielen. Das ist die Idee von Dame F3. So, jetzt macht er H5, um das zu verhindern. Jetzt finde ich natürlich meinen Läufer und stelle den besser und habe dann hier so eine solide Struktur. Also eine richtige Steinmauer-Stonewall-Struktur. Jetzt kommt auch schon C5 vom Stockfish. Da mache ich mal Läufer nach B2. Jetzt kommt G6. Das ist interessant. Der Zug G6. Kann ich jetzt H3 spielen? Das ist die Frage. Kann ich jetzt hier H3 spielen, mit Idee G4 zu spielen? Also in der letzten Partie blöd verloren. Da stand nämlich der Springer hier. Es ist interessant. Ist das jetzt ein Unterschied im Stonewall? Weil die Idee von Dame F3 ist schon H3, G4. Vorher stand der Springer da. F5 steht nicht dort. Und er hatte schwarz die Möglichkeit, einmal H4 zu spielen, mal eine Struktur zu fixieren und dann hier die Puppen tanzen lassen auf G3. Und das war sehr ärgerlich. Aber jetzt geht es ja doch nicht, oder? Jetzt kann ich doch H3 spielen, wenn Springer F5 kommt, spiele ich meinen Zug G4. Sehe ich das richtig? Ist halt auch wichtig quasi auf dem hohen Niveau, dass man da keine Varianten verspult. Bei Stockfish wird es bestrafen. Ich bin jetzt nochmal am überlegen. Aber er kann jetzt das ja nicht direkt ausnutzen, dieses Loch hier auf G3. Ich riskiere. Also ich spiele den Zug mit der Idee, G4 zu spielen. Gut, jetzt macht er Springer E5. Aber jetzt komme ich doch zu meinem G4-Vorstoß. Also zu meinem Stonewall-Angriff. Mache ich. Das riskiere ich. G4. Springer E4. Okay. Boah. Jetzt ist es irgendwie kompliziert. Okay, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten. Da habe ich das Gefühl, ich kann jetzt auch einmal, ich kann doch jetzt einmal hier nehmen. Ich kann da nehmen. Der hängt. Boah. Das ist jetzt ziemlich, ziemlich scharf. Springer nach E4. Das Problem ist, wenn ich mit dem Springer nehme, kann er ja nochmal tauschen, tauschen. Und dann kommt, ah, das ist problematisch. Also ich sehe gerade ein Problem. Ich entkommentiere jetzt hier nochmal, um es euch zu zeigen, wenn ich jetzt mit dem Springer nehme. Ich nehme mit dem Springer. Er nimmt zurück. Ich nehme mit dem Läufer. Er nimmt jetzt hier zurück. Ich nehme mit der Dame. Und dann kommt doch diese Gabel auf meinen Turm und auf meine Dame am Schluss von der Abtausch-Serie. Also da muss ich wirklich aufpassen. Das darf ich nicht zulassen. Also wenn ich in dem Springer schlage, sieht es fast so aus, dass ich eine Qualität verliere, weil ich forciert werde in die Variante. Also Springer schlägt, ist dann wahrscheinlich falsch. Okay. Also schon mal ein bisschen was erkannt. Also was er hier mit diesem Zugspringer E4 will. Weil auf den ersten Blick könnte man denken, okay, er hat den Bauer eingestellt, hat er aber nicht. Es ist eine Hinlenkung und er möchte hier eine Gabel machen. Es gibt aber doch auch noch den Läufer. Ich kann das ja auch noch mit dem Läufer rausschlagen. Dann nimmt er zurück und dann bin ich ja nicht verpflichtet, den Bauern, meinem Springer zu schlagen, weil ich kann jetzt auch meine Dame dann einfach wegziehen. Sehe ich das richtig? Dann hatte ich einen Doppelbauern drin und ich kann doch mich dann konsolidieren mit Dame F2 und auch dieses Feld unter Kontrolle halten. Und ich habe immer noch meinen schönen Bauernsturm. Ist das korrekt? Puh. Das ist halt ein Figurenknäuel. Da muss man halt wirklich jetzt tief rechnen. Ich habe mir jetzt auch 25 Minuten gegeben und bin jetzt auch die ganze Zeit quasi jetzt hier am Durchrechnen. Und ich habe jetzt so das Gefühl, das riskiere ich. Ich nehme jetzt hier mit dem Läufer, weil der Springer nervt. Der Springer da vorne ist einfach richtig nervig. Den hau mal raus. Läufer schlägt E4. So, jetzt nimmt er mit dem Bauern. Wie gesagt, ich darf jetzt hier nicht nehmen, weil dann nimmt er da. Meine Dame nimmt da und hier kommt die Gabel und es ist wieder vorbei und ich habe die Partie verloren. Aber zum Glück habe ich das gesehen und ich kann jetzt einen Damenzug machen aus meiner Sicht und aus meiner Sicht macht es doch Sinn, Dame F2 zu spielen. Einmal um diese verdoppelte F-Linie gegen den König zu halten und hier ein bisschen Kontrolle zu haben auf H4. Spiele ich. Dame F2. Okay, spiele trotzdem den, weil seine Dame unterstützt ist. Und er möchte jetzt vielleicht hier reinhoppen. Also im Galopp. Aber noch kontrolliere ich ja mit meinen Springern dieses Feld. Das ist doch noch okay, oder? Hm. Meine Bauernstruktur ist doch auch noch relativ solide. Also da ist jetzt noch nichts am Auseinanderfallen. Das ist doch noch relativ Stonewall-artig. Das ist vielleicht nicht ganz so wie diese Mauer bei Game of Thrones, aber es ist ein Stonewall. Es ist ein Stonewall. Juckt es mich, wenn der Springer F3 spielt. So schlimm ist es doch gar nicht. Da ist doch noch nichts verloren, oder? Alles ist doch noch relativ schön geschlossen an der Stellung. Was ich jetzt halt sehe, ist, dass das Feld Springer C4 sieht da eigentlich nett aus. Also ich verbessere meine Springer. Ich kann vielleicht hier das Läuferpaar von ihm auflösen. Und ich kann vielleicht langfristig dann mit G4, G5, G5 ist immer so zweischneidig wegen Springer F5. Aber ich kann dann ihn vielleicht auch mal öffnen und versuchen wieder matt zu setzen. Ich spiele das mal. Ich spiele Springer C4. Was einfach auch gesund aussieht, diese Struktur, diese zwei Springer. Er nimmt es hier direkt raus auf E5. Puh, Walferschläge E5. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann einmal quasi klassisch Stonewall-mäßig so nehmen und die F-Linie öffnen. Problem ist halt, ich habe dann strukturell quasi Probleme. Weil er mit seinem Springer dann reinkommt. Das ist unangenehm. Deswegen tendiere ich jetzt fast schon dazu, eher mit dem Springer zu nehmen, um einmal dieses Feld hier noch mehr zu kontrollieren, dass ich hier nicht gleich Probleme mit dem Springerschach bekomme. Er kann natürlich trotzdem den Springer F3 spielen, aber den kann ich dann doch rausnehmen. Und der Bauer ist jetzt dann auch nicht so schlimm, oder? Da vorne. Das ist ja schlimm. Ich finde es jetzt noch nicht Spielentscheidung. Ich finde es jetzt noch nicht so schlimm, wenn er da reinkommt. Noch relativ überschaubar. Du, Stockfish so schnell wieder. Rasen schnell spielt er. Das ist einfach verrückt. Gerade mal eineinhalb Minuten verbraucht, so eine komplizierte Stellung. Ich bin fast schon zehn Minuten dann hier am Rödeln und versuche jede Variante irgendwie zu rechnen, was auf mich zukommt. Okay, er nimmt mit dem Bauern. Springersteck ist nicht gut, weil dann kommt er hier rein und ich vermute, dass er dann einfach besser steht. Ich muss ihn mit dem Bauer nehmen. Und er kann dann vielleicht auch langfristig über die H-Linie was reißen. Das kann echt interessant werden, weil die H-Linie ist schon ein Asset auch immer wieder. Das muss man immer gucken. Also im Stonewall, wenn man diese G4-Varianten spielt, ist die Idee natürlich auch über die H-Linie hier reinzukommen beim Gegner. So, ich nehme den Bauern zurück und öffne meine H-Linie. Jetzt macht er den Zug G5. und stütze seinen Springer. Also nehmen sollte ich den glaube ich nicht, weil dann bekomme ich hier wahrscheinlich Probleme an meinem König. Deswegen bin ich jetzt hier schon am, tendiere ich hier stark dazu, da vorbeizuziehen, also F5 zu spielen. Die Frage ist, was passiert dann auf den Zug F6 von ihm. Also F6 ist ja auch noch ein sehr valider Zug in seiner Stellung. Andere Variante ist, wieder so ein Endspiel zu geben, wenn ich tatsächlich doch rausnehme und dann Dame F6 spielt auf Dame Schleit G5. Das ist auch spannend. Was spricht eigentlich dagegen? Rausnehmen, Dame F6 spielen. Da kann ich doch forciert da, ah, er kann dann hier Schach geben auf E3 und das wird wahrscheinlich gefährlich, das wird ganz sicher gefährlich. Okay, das geht dann doch nicht. Oder? Übersehe ich was. Andere Variante, die ich rechnen muss, ich entkommentiere jetzt nochmal, dass ihr nicht zu viele Pfeile habt, zum Nachvollziehen. So, warte mal. So, jetzt haben wir raus. Zack, okay. Wenn ich jetzt hier rausnehme und er nimmt raus, muss ich ja auch noch gucken, was passiert auf den hier. Springer schreibt F7. Ist das, ist das möglich oder ist es einfach schlecht? Ich vermute, dass es einfach nicht so gut ist, dass es gefährlich ist für mich eher. Aber trotzdem muss man natürlich auch solche Varianten rechnen. Manchmal kann es sein, dass es ein guter Zug ist. Also immer diese konkreten Schlagzüge in Betracht ziehen. Ja, jetzt braucht man schon einen guten Zug hier. Das ist schon so. Ein anderer Zug ist zum Beispiel, ich könnte jetzt ja auch meinen Läufer aktivieren, indem ich hier Schlag und C4-Spiel. Dann spielt der Läufer ja auch wieder mit. Ich muss aber auch richtig arg aufpassen auf diesen F6-Zug. Dann kann auch schnell mein Springer weg sein. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. F5 sieht logisch aus. F5 sieht aus Verteidigungssicht schon sehr logisch aus, muss man sagen. Aber dann F5, F6, Springer, F3, Schach, das ist die kritische Variante einfach. Das muss die kritische Variante sein. Wie so eine Stellung dann auch wirklich zu bewerten ist. sehr heiß, also das ist sehr, sehr heiß. Ei, F5, F5, ja oder nein? F5, F6, Springer, G6, müssen wir alles rechnen. Springer schlägt, G6. Ich spiele jetzt mal F5, weil ich wenig Zeit habe. ich glaube, dass der zu kritisch sein kann. Jetzt macht der Dame D6, okay. Also für ihn ist es nicht kritisch, für ihn ist es nicht kompliziert. Für mich ist es sehr kompliziert. So, jetzt kann ich natürlich auch noch F6 spielen, oder? Kann ich jetzt, F6 sieht interessant aus. Da muss ich echt, das muss ich sagen, F6 sieht sehr interessant aus. Aus meiner Sicht. Däufer A3 ist natürlich auch immer eine Variante, die man sich überlegen kann. Springer C4 sollte auch spielbar sein, aber dann kommt er rein. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass seine Dame hier irgendwie komisch reinkommt. Deswegen sollte ich so lange wie möglich das Feld hier unter Kontrolle halten. Das sagt meine Intuition. Und mit F6 kann ich ja die Stellung schließen. Dann hat er weniger dynamisches Spiel mit F6. und ich denke, dass das nicht schlecht ist. Ich spiel jetzt mal F6. Weil der Springer, der hockt jetzt erst mal und jetzt muss er erst mal was machen. Natürlich Springer F3, aber gut, okay, jetzt kommt Springer F3, aber ist das so schlimm? Den kann ich ja einfach, den muss ich nicht mal rausnehmen. Das ist ja auch der Hammer. Ich kann jetzt auch so spielen, meinen Turm im Verein spielen und den Springer einfach zulassen. Ist die Frage, ob das gut ist, den Springer da zu lassen. Also rausnehmen ist wahrscheinlich der normale Zug. Rausnehmen müsste der normale Zug sein in der Stellung. Dann kriegt er halt einen starken Bauern da vorne. Ist die Frage, wie schlimm das jetzt ist. Ich glaube, dass das Rausnehmen nicht gut ist. Ich glaube, dass König G2 kein schlechter Zug ist. Außer es gibt eine taktische Widerlegung. Ah, das Problem ist, er nimmt dann hier raus und gewinnt einen Bauer. Und das gewinnt wahrscheinlich gesund, oder? Ich kann den Bauer nicht auffahren. Man könnte jetzt auch denken, wenn er nimmt raus, ich nehme raus, seine Dame nimmt, ich spiele C4, aktiviere meinen Läufer gegen den König, dass ich Kompensation habe. Kann man denken. Und dass ich dann irgendwie meine Dame hier oben absetze. Das muss die Dame halt noch da hinbekommen. so, oder genau. Ja, bis dahin und dann dahin. So. Kann ich hier einen Bauern opfern? Das sieht auch nicht schlecht aus. Das Bauernopfer sieht gut aus. Ich konnte die ja wichtige Felder, oder? Also, aus meiner Sicht sieht das Bauernopfer stark aus. Das ist unskierig. Ich opfere hier oben einen Bauer. Weil dann mein Läufer wieder mitspielt. Er nimmt das nicht an. Entscheidend. Er nimmt das Bauernopfer nicht an. Er greift jetzt einfach rotzfrech diesen Bauern hier an. Von mir. So, das ist natürlich unangenehm. So, wenn ich jetzt hier rausschlage, dann hält der Bauer da hinten. Der Bauer da hinten fällt einfach. Soll ich jetzt C4 spielen? C4, ich könnte auch jetzt über die H-Linie irgendwas versuchen. Gar nicht so easy. Interessant. Über die H-Linie was... Also das ist jetzt wieder nur neun Minuten. Das ist jetzt eine der Spiele... Also ich würde zuerst noch sagen, die spannendste Stellung, die ich gegen Stockfish hier hatte, weil es ja zeitgleich positionell strategischen Charakter hat und auch noch irgendwie so Angriffsideen von beiden Seiten. Was ich jetzt zum Beispiel als Idee sehe, aber das ist sehr gewagt. Wenn ich jetzt Turm A1 spiele, er nimmt jetzt hier, dann könnte ich zum Beispiel überlegen, Turm A5 zu spielen, um dann hier zu verdoppeln und es sieht auch sehr gefährlich aus und der Springer ist ja auch gefesselt. Der Springer ist gefesselt, weil die Dame dann da hinten steht. Ich riskiere das jetzt und spiele... Ich riskiere es. Ich spiele Turm A1. Und wenn jetzt der Springer da wieder reinspielt, dann kann ich auch einen Quali-Opfer überlegen. So, das sind die richtigen Pfeile. Oder da ist ein Quali-Opfer angebracht. Okay, jetzt kommt der mit der Dame, aber das ist ja nicht gefährlich, oder? Ah, das ist mit Schach da hinten. Das ist schade. Ah, das kommt mit Schach. Das macht natürlich einen Unterschied. Jetzt darf ich, jetzt muss ich aufpassen, weil Schach darf ich nicht zulassen. Bei Springer H4, dann kann er abwickeln, Endspiel. Was ist mit dem Zug? Der Zug ist wahrscheinlich nicht so gut. C4, dann kommt halt dieses Schach. Dann schafft er es in ein Endspiel. Was ist, wenn ich jetzt den Springer rausnehme? Vielleicht habe ich dann immer noch, ist es, warte, wenn ich jetzt den Springer rausnehme, wie ist sowas zu bewerten? Ich habe zwar einen Bauer weniger, aber ich habe eine offene H-Linie. Das ist immer noch nicht vorbei, oder? Sieht auch spannend aus. Die Frage auch, wie er dann da nimmt. Das ist echt gefährlich. Wenn ich dann da rüberkomme und Matze muss ja fast ein Endspiel gehen, dann hätte ich ein ungleichfarbenes Läuferendspiel. Das riskiere ich. Das probiere ich. 7 Minuten 38 Sekunden. Ich glaube, dass es gefährlich ist, ihn mit dem Bauernitz zu nehmen. Okay, er macht es trotzdem, weil ich dann jetzt doch hier die Dame vielleicht rüberkriege. Über dieses Manöver. Okay, König F1. Meine Idee ist jetzt wirklich, diese H-Linie auszunutzen. Okay, er spielt einfach König G7. Das wäre natürlich schade, wenn das so einfach ist. Okay, er muss jetzt noch aufpassen. Auf die Diagonale muss er auch noch aufpassen. Jetzt kann ich doch C4 spielen, oder? C4, D5, weil dann spielt er einfach vorbei, oder? Ah je, das ist echt nicht einfach. Turm H5 ist natürlich ein schöner Zug, oder? Turm H5. Ich spiele mal Turm H5. Es geht halt alles, irgendwie geht es noch knapp bei ihm, gell? Sie ist, ah. Yes, das ist Gott, okay. Gut, das stehe ich natürlich ein bisschen, das war da jetzt das Problem. Das war eigentlich eine gute Partie. Okay, C4. Tauschen sollte ich nicht, das ist nicht gut. C4, D5. Ich denke, dass ich so vielleicht spielen sollte, oder? C4. C4, D5 ist noch eine Idee. Okay, er nimmt jetzt hier. Wenn ich jetzt D5 mache, hat er noch einen Schach, sogar einen Schachmatt, den muss ich also nehmen. So, jetzt macht er den, und wird jetzt hier reinkommen, entweder da oder da. Okay, jetzt habe ich aber diesen D5-Zug, und der ist doch schön. Der ist doch schon mal, das sieht doch erstmal nach Hoffnung aus. D5. Ich hätte auch nehmen können, einen Bauern nehmen können. Gut, aber D5 ist okay. Einfach Shutout. Shutout ist Bischof. Okay, wie mache ich, wie bringe ich jetzt den Turm wieder ins Spiel? Ich glaube, Turm D1 ist vielleicht eine Möglichkeit, oder? Oder vielleicht sogar ein Bauernopfer? und dann Turm E einspielen? Auch interessant. Ich spiele das Bauernopfer. Ich habe jetzt wenig Zeit. Es kann jetzt natürlich sein, dass es taktisch nicht ganz korrekt ist. Er nimmt es auch nicht mal an, das Bauernopfer. Er nimmt einen anderen Bauern an. So, jetzt muss ich so umlaufen und so meinen Turm jetzt wieder ins Spiel bringen. Ich glaube, das ist meine einzige Chance. So, den muss ich natürlich zurücknehmen und wahrscheinlich, ach so, wenn ich jetzt so nehme, kommt er mit seinem Turm auch noch hier rein. Das ist natürlich schade. Das ist sehr, sehr bitter. Jetzt erholt er sich massiv. Jetzt hat er, okay, das ist bitter. Das ist die bittere Pille hier. Jetzt glaube ich, ich muss dann so nehmen, dass er nicht diese Schachs bekommt. Ich habe immer noch die Diagonale gegen den König, also immerhin. Da muss ich schon noch aufpassen. So, kann ich jetzt opfern auf F6? Wahrscheinlich nicht. Jetzt könnt ihr natürlich Dame E3 spielen und hier drohen. Was gefährlich ist. Auf jeden Fall ist es gefährlich. Ich könnte natürlich auch meinen König jetzt wegziehen und dann hier so drohen. Ah, dann schlägt er hier mit. Ah, das ist alles komisch. Das ist schon sehr komisch jetzt leider. Ich spiele mal den und spiele auf diesem Trick hier. Was den er wahrscheinlich sehen wird. Okay, jetzt macht er den. Okay, jetzt deckt die Dame das halt echt schön. Das sind jetzt wieder meine Tage. Gezählt in der Partie, ich hoffe es nicht. Okay, ich spiele jetzt mal den hier und versuche hier noch was zu machen. Kann ich den jetzt nicht nehmen. Ach so, dann kommt das Turmschach. Okay, hat er mich jetzt wieder. Er hat mich wieder. Kann ihm nur noch gratulieren. Er hat er wirklich gut gemacht. Ah, das war eine sehr scharfe Partie. Also da war viel drin. Da war viel drin. Okay, ich mache jetzt noch mal ein paar Züge und lasse mich mal matt setzen. Schon fair quasi. Wenn er schon so gut gespült hat, dann lassen wir uns auch matt setzen. So eigentlich eine richtig schöne Stonewall-Partie. Freibauer haben wir noch. Vielleicht können wir da durchlaufen. Schauen wir mal. Aber die Dame kommt zu spät. So, jetzt ist Schach und matt. Das war eine richtig, richtig scharfe Partie. Wow. Schreibt mal in die Kommentare, war da was drin für mich. Ich glaube, da war jetzt wenig. Ich habe das Gefühl, das war echt voll spielbar, die Stellung. Sehr lange. Also bis zum Zug 30 oder so. 25, 30 war das echt neu. Habe ich das Gefühl gehabt, dass beide irgendwie schöne Ideen hatten. Aber irgendwie hat Stockfish dann ja, den stärkeren Plan gefunden und den Druck erhöht. Also gerade dieser G5-Zug war sehr schwierig zu parieren. Das war echt nicht einfach. Ja, schreibt mal, ob da was drin war. Jazz is King und bis zum nächsten Mal bei Orca Jazz. Ciao. 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 Ciao.